hallo leute hier ist wieder der n28 mit dem 28 tube und einem neuen video dieses mal wieder gta 5 just for fun dieses mal geht es darum dass ich fallschirmsprünge mache wie alle leute wissen die gta 5 zocken sind ja überall auf der karte diese fallschirmsymbole ich habe zwar schon einige gemacht aber ich mache jetzt ein paar weitere so und ich würde sagen auch dass wir hier anfangen übrigens für die leute die sich gestern meine roblox video angeschaut haben es tut mir leid dass das video gestern so scheiße war es war so dass ich ich habe vergessen das mikrofon anzustecken so und jetzt ich habe es schon gesehen habe es schon gesehen okay ich soll ach so alter Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Dot is at seapoint. So, Dot is at seapoint. So, jetzt sind wir auch an der zweiten Location. Und los geht's. Yo, Franklin! You really got the boat now, huh? I got two words for you. Mount Gilead. Mannegan's Mountain. What do you say? I'm a long way from Chamberlain Hills. Wow. Alter! Also das ist schon ein bisschen krasser. Was? So, let's stay here. So, jetzt ist's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gegen mich fliegen tut ja ich werde ich da ist gerade einfach so ein scheißvogel gegen mich geflogen genau da steht den berg reiten es klingt natürlich gar nicht so als würde der den berg ficken wollen oder so jedenfalls was das wieder mit dem video bis zum nächsten mal falls euch dieses video gefallen haben sollte dann lasst ein like da und wenn ich meine anderen videos gefallen hat dann abonniert diesen kanal und klaut den wagen von diesem parkranger bis zum nächsten